Hallo, Inas Nacht ist wieder da, also Inas ist wieder da und die Nacht ist wieder da und deswegen ist auch Inas Nacht wieder da. Heute mit Desiree Nick, die ja noch mehr und noch schneller redet als ich. Dann ist heute da die Gottmutter des Punks, Nina Hagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann ist Best-Dito mit ihrer Band Gossip dabei und ich darf mit ihr singen. Ich hätte gerne gesagt, es ist eine laue Sommernacht in Hamburg, leider ist es ein wenig regnerisch, aber bis gleich. Das finden wir ja eigentlich geil, wir Hamburger lieben das. Hamburg im Regen, da, 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 da. Oh, meine Shanty's, Thomas will tauschen, guck mal. Oh, oh, oh. Ich sprüh's auf jede Fensterbank, ich such den schönsten Mann im Land. Ich sprüh's in jedem Männer-Mund, er muss groß sein und gesund. Wenn ich mit Zahnen nichts bewerke, Mann, dann geht auch Bügelstärke. Und das Gute ist daran, dass man sie schneller wieder wegwischen kann. Ich sprüh's auf jede Wand, neue Männer braucht das Land. Ich sprüh's auf jede Wand, neue Männer braucht das Land. Ich sprüh's auf jede Wand, neue Männer braucht das Land. Desiree Neck! Ich wollte ja noch Ratschlagen machen, aber verfängt man sich ja in den Fischernetzen. Was ich hier schon alles machen wollte und wo drin irgendwie schon verfangen habe. Und Spagat geht auch nicht, ne? Da musst du wieder putzen und den Fleck wegwischen, der dann am Boden ist. Hast du noch Flecken, wenn du einen Spagat machst? Ja, na klar. Toll. Wie? Oh, Wahnsinn. Du nicht mehr? Doch. Aber ich mach so selten Spagat. Dann gleich, bei uns gleiten die Männer noch aus, wenn wir gesessen haben, ne? Das ist doch schon mal ein schönes Wort zum Anfang. Was würdest du trinken, Desiree? Ja, Wasser. Muss? Ja. Pusseco-Leinchen auf Eis oder sowas? Mh, haben wir Aperol? Oh. Aperol, dann trink ich mal ein Aperol. Ich dachte ja, ich mach hier mal auf Bescheiden, aber ich halt das ja nur eine Sekunde durch. Ja, aber Entschuldigung. Wasser, das geht ja gar nicht. Das waren meine Kuppenvorsätze. Desiree, möchtest du da durchrutschen? Ja. Hier ist die Bügelstärke. So. Gar nicht mehr. Tschüss. Das macht so'n Spaß. Wäre ich jünger, ich wäre ein Spreer geworden, glaube ich. Ich glaube aber, ich hätte immer mein Zeichen überall so draufgedingst. Guck mal, jetzt hab ich so schöne Schuhe an, ne? Alles für die Katz. Hinter hier so'n Tresen, da hättest du ja barfuß kommen können. Ja, finde ich auch. Also ich meine... So, aber wir können ja auch nicht so sitzen oder so. Da ist doch Perlen vor die Säue, ne? Die schönen Schuhe unterm Tresen hat doch keiner was. Mein Problem ist, dass genau da, wo die Bank ist, sitzt bei mir mein Apparat fürs Mikro. Weißt du, da. Ach so. Das heißt, ich müsste vielleicht... Irgendwas kann ich mir auch überlegen. So ist doof. Na dann... Ich könnte vielleicht, wenn du so sitzt, mich so zu dir setzen. Ist ja wie auf dem Gebärstuhl, was du hier vormachst, ne? Dabei kenn ich das gar nicht. Wie so im Mutterschaftsdienst, ne? So im Mutterschaftsvorbereitungskurs. Was? Da war ich ja nie. Warst du eigentlich diejenige, die gesagt hat, ein Kind kriegen ist wie eine Ananas-Kacken? Der war... Der war... Der war... Der war... Desiree, unser Gezweck kommt bestimmt gleich. Ich hab so'n Durst. Da. Was ist ein Aperol eigentlich? Muss ich mal ganz dumm fragen. Weiß ich nicht. Es hat eine schöne Farbe, es klingt schick und es ist Alkohol drin. Der Rest ist doch vollkommen egal. Darf ich Prost sagen oder was anderes? Prost. Hey, 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 hey. Was ich ja lustig finde, ist, dass du total konservativ aufgewachsen bist. Das heißt, deine Eltern haben sich relativ früh scheiden lassen. Und, ne, oder? Das richtig, ja. Da warst du zwei oder drei oder noch kleiner? Drei, ja. Und dann bist du in einem Weiberhaushalt mit deiner Mutter, deiner Tante, Oma usw. und du in einem Weiberhaushalt quasi aufgewachsen. Ungefähr sechs Frauen. Ja, Gott sei Dank, dass ich kein Junge gewesen bin. Ich wäre heute bestimmt wie L'Oreal Landen inzwischen. Meinst du? Ja. Also, da hätte es kein Entrinnen gegeben. Obwohl, ich muss sagen, wenn man heute über den roten Teppich geht und sich anguckt, ja, wie die Weiber zurecht gemacht sind, die Promis auf dem roten Teppich, da ist ja gar kein Unterschied zwischen Transen und denen. Die sehen ja alle gleich aus. Also, ich könnte jetzt nicht sagen, wer stärker geschminkt ist, ne? Frauke Ludowig oder L'Oreal Landen, da ist kein großer Unterschied, ne? Geht gut. Nein, echt. Es sind ja heute alle Teppransen. Also, irgendwo alles wird hochgeschnallt. Ich würde mal sagen, wenn sie nach Hause kommen nach ihren Partys und zu Bett gehen, dann müssen sie vorher aber alles raus- und runternehmen. Aber schneidest du nicht auch hoch? Nein, das ist so geschnitten, das Kleid. Ach so. Siehste doch. Hast du Lust mit mir nochmal ein ganz bisschen zurück in Kindheit, Mama und so weiter zu gehen? Ja, ich beantworte jetzt deine Frage. Sehr konservativ. Du bist mit Häkeln, Stricken und Sticken aufgewachsen. Würdest du mir mal das Körbchen rüber geben? Ja. Und das finde ich ja auch so wahnsinnig. Man denkt, du kannst nur über Männer und Penisse reden und sowas. Nein. Nein, aber wenn man überlegt, wie deine Programme heißen, was du erzählst, dieses Programm, was mich damals, das fand ich so wahnsinnig, Hängetitten, Deluxe, wo diese Plakate doch immer überall aushingen. Das ist doch total mutig gewesen. Ja, und dennoch ist mein Leben voll von phallusfreien Philosophien, wenn es sein muss. Das ist so. Das heißt, es war doch dann irgendwann so, dass du nicht genau wusstest, was du machen sollst. Ja. Dann zu Hause sehr erzkonservativ aufgewachsen, viel in die Kirche gegangen und geschickt worden. Ja, ich bin ja Religionslehrerin auch. Ja, das hat sich irgendwann ergeben, nachdem du dann, glaube ich, aus London wieder da bist. Ja, mein Stiefvater war Philosophie-Professor. Und da war eigentlich die Geisteswissenschaft war in unserem Haushalt eigentlich ein tagtägliches Thema. Ja. Und da war das ganz natürlich, dass man sich diesen Dingen widmet. Und meine Mutter war ja Schauspielerin. Ja. Und da war auch das Theater und die Kultur eigentlich auch ein ganz alltägliches Thema. Das habe ich erst hinterher gemerkt, dass Leute sowas dann Bildungsbürgertum nennen oder die kommt aus einem gebildeten Hause. Also für mich war das alles Normalität. Was anderes gab es gar nicht. Das ist wie wenn man zu so einer Artistenfamilie sagt, die immer irgendwie als Schlangenmenschen leben. Mensch, du bist ja gelenktisch oder so. Du bist wie ein Habuch. Man könnte jetzt einfach so stricken und einfach zuhören. Das ist toll. Aber deine Mutter, du sagst sie war Schauspielerin, die hat doch für dich ihren Schauspielerjob aufgegeben. Und wurde dann irgendwas, was wurde die denn dann noch? Die war dann bei der Deutschen Post. Die war Beamtin. Die ist dann zur Post gegangen. Die musste uns alle annähern. Ja, aber war sie nicht geknickt fürs Leben, dass sie dann eine Postlisel wurde, nachdem sie eine Schauspielerin wurde. Und du lässt jetzt hier lang raushängen und sie ging für dich zur Post. Das war so die Version, die man dann, wenn das Mädel das Zimmer mal nicht aufgeräumt hat oder frech wurde erzählt. Aber eigentlich war es auch nicht ganz so. Denn ich will mal sagen, weil wir hier unter uns sind. So gute Schauspielerin war sie auch nicht. Ich würde mal sagen, ein Mensch, der ohne seinen Job nicht leben kann, der macht das nicht. Für den ist das keine Option. Weißt du, wenn du die See liebst, wenn du die See liebst und du wirst da immer nass und das ist immer scheiß kalt und da ist immer Schietwetter und dann kommen auch keine Fische mehr und du kriegst ja nur ein paar Kröten für die Fische und alles geht zurück. Wenn du sie liebst, gibst du den Job nicht auf. Weißt du, was ich meine? Wenn man etwas liebt... Ja, aber wenn ich feier deinen Job! Ich würde mal sagen, ich möchte den Gedanken noch zu Ende führen. Okay, mach den Gedanken zu Ende. Ich möchte sagen, wenn man etwas liebt, dann sagt man sich über die Malesen oder die Narben oder die Wunden oder die Schmerzen, die man davon trägt. Einfach, das gehört dazu. Ist so wie in der Musik. Okay. Wenn du vollkommen unmusikalisch bist, wirst du niemals die Schönheit... Stopp! Stopp! Verstehst du, was ich sage? Weißt du, was wir jetzt immer machen? So lange, bis du alles gesagt hast, dann darf ich ganz kurz so machen, dann darf ich die nächste Frage stellen. Ja, aber ist hier eine Talkshow? Ja, aber die geht natürlich auch nur eine Stunde. Also, dass sich eine wundert in einer Talkshow, dass der Gast spricht. Das ist ja auch eine ganz neue Dimension. Du? Ich will eigentlich mit dem bisschen auf deine Bücher kommen, die mich extrem amüsiert haben. Du hast, glaube ich, drei oder vier mittlerweile schon geschrieben. Und eins bin ich sehr hängen geblieben und habe das in der Wanne durchgelesen, weil das so super war. Das mit dem, was unsere Mütter uns nicht erzählt haben, heißt das sowieso ähnlich. Was unsere Mütter uns verschwiegen haben. Ja, war ein Bestseller. Mein erster war Gibt's ein Leben nach 40. Gibt's eins? Wenn's keins gäbe, wär das Buch ein schmales Heft. Und wir wären beide nicht mehr da. Ja, und rat mal, was ich jetzt, rat mal, was ich jetzt... Gibt's ein Leben über 50? Ja! Ich schreib jetzt alle zehn Jahre ein Buch. Und den Titel, den Titel, der könnt ihr ja mal kombinieren. Wer ist hier der Schlauste, ne? Wenn man das dritte Buch schreibt, hat man denn im ersten und zweiten nicht schon fast alles irgendwie auch geschrieben und so? Das ist ja die Kunst, dass man auch aus sich selber immer mehr rauspresst, ne? Wie bei so einer ollen Zitrone. In meinem Lieblingsbuch hast du jedenfalls geschrieben, war ein Thema, was Frauen von Männern lernen können. Das fand ich ganz schön. Unter anderem, dass Männer sich nie entschuldigen, wie Frauen immer. Also mein Ziel, aber entschuldige mal tausendmal besser aus. Das sieht man ja gar nicht... Du häkelst ja auch! Nein, ich strick! Entschuldigung, natürlich, guck! Und du doch auch! Aber wie sieht denn deins aus? Naja, weil... Die Wolle ist so dünn für die Nadel. Wer ist denn hier aus der Verabend-Adels-Vamilie und ist mit Stricken aufgewachsen? Na, weil ich die dicken Nadel habe! Ich hier Bauernhof, Kühe melken kann, aber trotzdem noch warme Schals. Ich hab die dicken Nadel. Ja, du hast ja auch recht. Hier wird zuerst gesagt, Männer würden sich immer nicht entschuldigen. Frauen würden sich sogar noch beim Türpfosten, gegen den sie laufen, entschuldigen. Männer würden sich nie bei irgendwas fragen. Sie fragen nur, wer hat den Türpfosten hingebaut. Naja, der Unterschied liegt ja natürlich in der Natur der Sache. Guck mal, der liebe Gott hat doch zuerst den Mann erschaffen. Nicht wahr? Ja. Und dann hat er seine Fehler korrigiert und er erschuf die Frau. Hey, wie findest du eigentlich unsere Jungs aus dem Shanty-Konto? Süß, ganz zauberhaft. Müsste man mit auf Tournee nehmen, ne? Ja. Wär das denn auch so deine Altersgruppe, die für dich in Frage käme, oder suchst du eher Jünger? Ich stehe ja so auf Männer aus der eigenen Generation, ne? Aber wieso? Wie bitte? Ja, aber wie bitte? Du bist Mitte 50, ne? Nein, ich bin jünger. Das zählt jedes Jahr. Das zählt jedes Jahr. Aber du hast doch irgendwie... Wenn man 52 ist, dann ist man nicht Mitte 50. Aber du... Ich bin Anfang 50, ne? Anfang 50. Aber man findet einmal, dass du 56 bist, dann finde ich irgendwo, dass du... Das hast du nirgends gelesen. Da reiche ich sofort Klage ein. Ist das so? Ah, 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 hey! Ich habe gelesen, 56, 53, 49. Was stimmt denn jetzt? Ja, es kommt drauf an, wie alt die Zeitung ist, in der du nachgewählt hast. Es war immer so rumgegoogelt, weißt du? Ist doch eh alles scheißegal. Ich bitte dich, wenn jedes Jahr 15 Monate hätte gesetzt den Fall, dann wär ich 35, ne? Sag ich mir immer. Sag ich mir immer. Ich finde, das sieht so lustig aus, was du da strickst. Ich schmeiß mich weg. Guck mal, ist das wirklich ernst? Ja, ist das... Das wird ein Mantel. Tja, man muss ja mal anfangen. Du, was Frauen von Männern lernen können, außerdem sagst du noch, Männer würden ihre Figur nie zum Lebensinhalt machen. Findest du nicht, dass sich das auch ein bisschen geändert hat? Ich finde, die Männer sind total eitel geworden, was dick und dünn sein und so angeht. Ja, durch die Metrosexualität, das liegt auch am Fußball. Also weißt du, weil ich glaube, nein echt, weil solche Typen wie David Beckham... Sag ruhig Tüten. Nein, David Beckham oder der Ronaldo, ne? Die leben natürlich ein Männerbild vor, was sich dann die Leute natürlich auch so... Was die Leute animiert. Man weiß ja manchmal wirklich heute nicht mehr, wenn da Leute übers Spielfeld rennen, ob das jetzt der Sanitäter ist oder der Stylist, ne? Aber wer will denn einen, ganz ehrlich, wer will denn einen Ronaldo im Bett haben? Ach, der ist doch niedlich. Ich finde, zum Angucken ist er erst mal ganz niedlich. Figo zum Beispiel. Ballerkirche. Ja, aber siehst du, diese Fußballhelden, diese Fußballhelden, die ja heute sehr eitel sind, mit ihrem Hairstyling, ne? Also man kann ja manchmal wirklich die Spieler nicht von der eigenen Spielerfrau unterscheiden, ja? Strähnchen wie Lassi, geföhnt bis zum geht nicht mehr. Wir treten bei Regenwetter gar nicht mehr an, aus Angst, dass der Kajal verläuft. Und es haben Ohrringe, Ohrringe, da hätte man früher gesagt, sind Tunnel. So, der war schön, ich möchte bitte wieder doch ein Bier haben. Ich krieg das nicht runter, Frau Müller. Ist das nicht auch sehr strong grad? Der Aperol? Schmeckt eher wie Aperol mit einem Spritzer Dings drin. Aber das ist schon, ist mir zu stark. Ich lass das mal als Geschmackskorrigenz da so stehen. Oh Gott. Und geh doch wieder aufs hanseatische Bier zurück, bitte. Hui. Macht auch betrunkener als mein Bier, merk ich. Finde dich betrunken? Irgendwie. Auch ich brauche eigentlich keinen Alkohol, um gut drauf zu kommen. Ich stehe nur auf körpereigene Sekrete. Du hattest noch eine Rubrik drin, was ich auch ganz da danke schön. Ohhhh. Du hattest noch die Rubrik drin, die 10 größten Lügen zum Thema Liebe. Aha. Was hab ich denn da geschrieben? Ja, das sag ich dir mal so ein bisschen. Aber ein Punkt zum Beispiel. Junge, schöne Frauen haben mehr Chancen. Als? Das ist ja die größte Lüge überhaupt. Als? Als wer? Als alte, nicht schöne? Nein. Aber es geht ja nicht nur nach Schönheit. Was Männer suchen, ist ja ganz was anderes. Hast du auch gesagt, das ist so schön? Sie wollen eine Frau, die sie versteht. Sie wollen eine Frau, die ein Kumpel ist. Mein Lieblingssatz. Was Männer wirklich in der Liebe suchen, ist ein Kumpel mit Titten. Das fand ich so schön. Das hab ich mir auch geschrieben. Das war der schönste Satz. Ich muss ganz ehrlich sagen, das würde ich mir gerne im Bogen über mein Bett spritzen. Entweder ficken für den Frieden oder wahlweise. Da stick ich dir. Da stick ich dir. Da stick ich dir. Das find ich ganz schön. Ist der von dir? Kann ich sonst natürlich. Kann ich sonst noch was für dich tun. Es waren viele so Sätze in deinem Buch. Deine Bücher sind sehr lustig. Wie alt bist du denn jetzt? Ich bin jetzt im Moment 44. Ach so. Dann kommt ja das Buch, gibt sein Leben nach 50 bald für dich in Frage. Ich muss jetzt erstmal das 40er ganz durchlesen. Ich hab mehr an dem als an dem. Und da muss man natürlich, muss ich sagen, an diesem Punkt des Lebens wird natürlich Figur auch immer mehr in den Mittelpunkt rücken. Ich war ja früher eine Elfe, habe zwar immer noch dieselbe Figur und man denkt, na die sieht noch ganz gut aus. Aber es macht mehr Anstrengungen. Es kam früher von selber. Leicht. Easily. Und heute muss man dafür kämpfen. Und das ist der Unterschied. Ich finde der Unterschied ist. Beispielsweise wie bei Ihres Bärben. Ich will auch mal was sagen. Ja. Ich will auch mal was sagen. Ich will auch mal was sagen. Ich will auch mal was sagen. Ich finde das Schlimme ist, dass man merkt mit den Jahren, wie der Grundumsatz zurückgeht. Das heißt, du kannst, du bleibst so, darfst aber immer weniger essen, immer weniger. Und es ist im Moment so wenig, dass ich sage, nee, so möchte ich nicht leben. Das ist nicht besonders toll. Man muss immer mehr investieren, um denselben Level zu halten. Immer mehr rasieren und immer mehr zupfen. Iris Bärben, die gilt ja als schönste reife Frau. Die sagt ja, man soll Wasser, Ananas und Ballaststoffe und Schrot essen. Aber was habe ich davon, wenn ich Wasser, Ananas, Ballaststoffe und Schrot fresse und die letzten 15 Jahre meines Lebens auf dem Klo verbringe. Ist ja auch keine. Und die Judy Winter. Hey, 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 hey. Und Judy Winter, die hat ja im Alter von 65 Jahren angefangen, jeden Tag 10 Kilometer zu laufen. Jetzt ist sie 75 und keine Sau weiß, wo sie steckt. Also es wird dramatisch. Es wird dramatisch. Es wird dramatisch. Ich weiß auch immer gar nicht, wie die Frauen es schaffen, so viel Zeit zu investieren. Jeden Tag stundenlang Sport und hier hin und dahin und hier zum Yoga und da, 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 da. Ich könnte das zeitlich überhaupt nicht schaffen. Ja, ich halte ja gar nichts von Health Food. Ganz im Gegenteil. Wie bleibst du denn fit? Na, ich brauche alle Konservierungsstoffe, die am Markt sind. Ganz einfach. Man kann doch nicht mit 53 so toll noch in seinem Körper sein und so toll noch aussehen. Wieso? So sieht 50 heute aus. Das ist die heutige 50? Ja, da bist du schon privilegiert, glaube ich. Ja, wieso? Wodurch denn? Vielleicht, weil du doch ein bisschen, weil du vielleicht nicht vier Kinder hast, sondern nur ein Kind. Ach, weil ich vielleicht nicht verheiratet bin, alles alleine mache, weil ich keine Putzfrau habe wahrscheinlich. Immer schön noch vorne über gebückt, scheuern zwischendurch. Vielleicht, weil du auch das Geld hast, dir teure Kosmetik zu leisten. Hab ich ja nicht. Hast du nicht? Du bist doch reich. Nein. Hast du nicht reich? Gar nicht. Im Gegenteil. Ich bin bedürftig. Weißt du, was das Geile ist an meiner Sendung? Nee. Wenn ich eine Band ganz, ganz geil finde und Riesenfan bin, dann rufe ich die an und mache mir einen Spaß und frage, ob die in die Sendung kommen. Und dann habe ich noch mehr Spaß, wenn ich sage natürlich. Und deswegen begrüßt man mir Gusse! Ja! 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 Ich glaube nicht! Und ich bin so stolz, dass ich nie gedacht habe, dass du wirklich kommen würde, wenn wir dich haben. Warum nicht? Weil du bist so großartig und deine Musik 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 und deine Musik. Und du sagst, ich kann ein bisschen mit dir singen, meine absolut favorite Song. Du musst die ganze Song singen, weil meine Musik ist kaputt. Weil du so viel singst. Ja! Auf Tour! Du pickst mich auf. Oh nein! Ich beginne singen, dann du singen und ich singe ein bisschen mit dir. Und dann ich singe, dann du singst die resten. Und du singst mein Bad Vito! Okay! Okay! I just take off my shoes, because it's so high. Me too! Then we are like this. Mine are not hello, but I hate to wear shoes. Yes, and it hurts! Ugh! So, ah! I just hate shoes! Say hello to my tooth. Hello, hello, we have the same knuck luck. Hello! Hello, how are you? Oh, my voice, it's too late. It's so, so good, because I did too much concert. Okay! So, let's sing! Okay! So, let's sing! It's a cruel, cruel world to face on your own. A heavy cross to carry alone. The lights are on, but everyone's gone and it's cruel. It's a funny way to make ends meet when the lights are out on every street. It feels alright, but never can be without you. Not just you! If it's already been done, undo it. It takes two. And it's up to me and yours to prove it. On the rainy nights, even the coldest days, Your moments are gone, but seconds away. The principle of nature, it's true, but it's a cruel world. Ooh, 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 ooh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Don't tell my mom Here comes trouble I trust you It's already been done I'm doing it It takes two It's up to me and you To prove it Make me sound better I 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 just you It's already been done I'm doing it Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Do you know a shanty? Yeah, like a sea shanty. Rolling home, rolling home, rolling home across the sea. That's not German. Rolling home to my sweet Humboi. Rolling home, come back to me. They don't know the words. Yes, they don't know the words. I know the words. I have a very peinig question now. I'm ready. I'm a bit ashamed of it, but somebody asked me. Don't worry about me. I'll just be over here with my eyeballs burning out. A friend of mine read somewhere when you were a teenie and you were... Teenie? Yeah, a teenie, a teen. Oh, okay, a teenie. You were afraid about your coming out as a gay. Yes. And then your pubic hair get gray overnight. I read that. No, 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 no. It was an interview. When I was around 17, my eyes are burning out. When I was around 17, I had a nervous breakdown, but it wasn't because of being gay. I think a lot of things had happened. My aunt had just died. I had just moved out of my mom's house. And all my best friends had moved 3,000 miles away. So I just went around and I was really alone. And there was nothing to reflect who I was. And then I just lost my speech for three months and half that pubic hair turned white. Speech? Oh, really? Yeah. And both comes back? Yes. The gray was gone. Oh, your eyes. Can you see how red they are? Okay, then... I'm having trubs. The gray hair goes away, they disappear, and the voice comes back. Yeah. Oh, my glasses. Oh, my shades. Yes, it's great. You feel better? Do I look like Lady Gaga? Do I look like Lady Gaga? Is it a bit like Lady Gaga? Do you like Lady Gaga? She copied off it. No. I love Lady Gaga. You... Do you want to hear the song I made up about her? My German song? No. Well, it's not about her. It just goes like this. Da, da, danke schön. 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 Carson! Well, what do you want to say the German television watchers there? Deutschland is mein Lieblingsland. Danke schön. Yeah! Tschüssi! Das ist es! Bye, bye, Hanna! Bye! Seid ihr auch so berührt? Jo! Ich bin emotional aufgewühlt. Jungs, das wär so wie für euch, wenn Heidi Kabel reinkäme, wisst ihr? Jo! Na, ihr könnt ihr das? Ja! Ja! Immerher damit! Dankeschön. Ne, wir setzen uns da oben auf. Das ist zwar eigentlich unschicklich, machen wir jetzt aber so, Desiree. Oh, da muss man noch als Stuntfrau, als Stuntfrau auch noch arbeiten. Hättest du sowas gern gemacht, als Stuntfrau oder so gearbeitet? Ja, wenn ich mein eigenes Kochbuch rausbringe. Machst du, du willst nicht wirklich... Das wird verfilmt, na klar. Ach Gott, Desiree, wen würdest du in die nächste Staffel ins Dschungelcamp schicken? Sabine Christiansen, Alfred... Ist schon mal gut. Alfred Biulek. Ach, ehrlich? Ja, die Größten der Großen, die jetzt langsam abdanken. Auch so rausgeflogene Politiker und sowas. Was ist schlimmer für dich, morgens ungeschminkt von vorne oder beim Shoppen in der Kabine von hinten? Das ist auch schön. Wie wär denn ungeschminkt von hinten? Ist mir am vertrautesten. Sammelst du irgendwas? Briefmarken, Topflappen oder Herrenschlüpfer? Ganz, ganz viel sammle ich. Ich sammle Herzen. Und ich sammle auch alte Stiche. Und ich sammle keine Porzellan-Pierros. Aber ich sammle Operettenschallplatten und natürlich Schuhe. Was kann Ihnen die Sprache verschlagen? Ja, das will ich auch mal wissen. Och, na da gibt es doch ganz viele zwischenmenschliche Dinge. Ehrlich? Dass man nichts Emotionales, sondern auch mal jemand der... Na, aber emotionale Dinge können mir die Sprache verschlagen. Und besonders liebe Dinge, liebevolle, romantische, emotionale Dinge, romantische Sachen verschlagen mir die Sprache. Welchem Mann würdest du gerne mal, mein Gott, würdest du gerne mal in diesem Leben unbedingt noch begegnen? Ich hätte nichts gegen George Clooney. Warum Frauen, das ist so eine leider voraussehbare Antwort immer. Ist der wirklich so scharf? Nein, aber der erfüllt ein ganz bestimmtes Klischee und beinhaltet vieles von Dingen, die ich persönlich ganz sympathisch finde. Wahrscheinlich ist es auch ein Kotzbrocken. Man kann ja nur von dem urteilen, wie er so rüberkommt, wie er sich darstellt. Viele Menschen sind ja ganz anders und wenn man die dann kennenlernt, dann ist man überrascht. Oder im Gegenteil, wahrscheinlich ist es bei dem nur heiße Luft. Aber sagen wir mal, wenn er das erfüllt, was er so projiziert, dann würde er mich schon interessieren. Weißt du, was ist das nicht toll? Ich sehe jetzt schon, jetzt machen wir es einfach mal so, unseren nächsten Gast, Nina Ager! Nina, ich habe... Ich brauche mein Du und ich habe doch ein Lied für dich. Ich wollte dich eigentlich mit einem ganz schönen Lied reinholen. Darf ich das trotzdem nochmal eben singen? Wenn ich ein Junge wäre, auf einem Motorrad. Ich hätte viel mehr Verkehr und führe durch die Stadt. Der Text, stimmt nicht, ist egal. Würde in die Schwulen ziehen gehen und den hübschen Jungs die Köpfe verdrehen. Ich hätte viel mehr Verkehr, wenn ich ein Junge wäre. Wenn ich ein Junge wäre, das wäre wunderschön. Dann könnte ich jeden Tag in langen Hosen gehen. Ich hätte viel mehr Verkehr und kehr' mich abends spät nach aus. Mach' mir kein Spatzendrama daraus. Ich hätte genug Verkehr, wenn ich ein Junge wäre. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Desiree Nick, dann Best-Dieto und jetzt auch noch Nina Hagen, ich bin fertig. Du hast deine Gitarre mitgebracht, ich würde aber sagen, die stellen wir noch mal kurz hin und talken erst ein bisschen, ein bisschen reden. Was möchtest du trinken, Nina? Oh, Wasser, Wasser oder was mit Sprudel oder so. Ich habe so halb Mineralwasser, ein bisschen Sekt und Spritzer am Aperol, wie heißt das? Ja, so heißt das. Fand ich lecker, wenig Alkohol, aber sehr erfrischend. Darf ich ein Stück schneiden? Probier doch das mal und sag ja oder nein. Habe ich zu Silvester sowas getrunken? Ich habe das noch nie getrunken und das fand ich jetzt sehr erfrischend. Cheers! Das nehmen wir. Peace in the valley. Das ist toll. Magst du wieder da rüber rücken, Desiree und wir gehen mal. Wo soll ich denn sitzen? Ich will mich jetzt in die Mitte setzen. Genau, du wieder hinten rein. Ich mit dich und du kommst zu mir, Nina. Your people. Das sind deine Leute da draußen. Huch! Der totale Weiberabend heute, wie geil. Hat auch was, ne? Kannst du stricken, Nina? Ne, aber ich kann häkeln. Ich habe immer für Gebärmütter gehäkelt. Weil andere Sachen kann ich nicht. Es ging immer von selbst, rund und dann was. Ich finde das ganz toll. Weißt du, dass ich das auch immer mache, dass ich mir Sachen in die Hand schreibe? Wenn mir eine Zeile fehlt und ich weiß, es wird immer die Zeile sein. Ist die wichtigste Zeile überhaupt? Und die fällt dir dann ums Verrecken nicht ein. Die muss in die Hand. Ja. Und ganz wichtig. Ich weiß, dass ich es alleine nicht schaffe. Ich brauche immer Hilfe von oben. The higher power. Your last hand. Aber du bist schon direkt beim lieben Gott, wenn du hier bist. Ja, und vorhin habe ich Best Deto im Fahrstuhl getroffen. Immer auf dem Weg nach oben. Dass du dein Strichzeug noch, guck mal da. Es ist jetzt alles rausgezogen. Jetzt magst du nicht mehr? Nein, weil es ist kaputt gegangen. Es ist alles rausgezogen worden. Es ist aber auch jetzt nicht wirklich... Guck mal, aber es ist fast schon eine Bettdecke, ne? Ja. Guck mal. Es ist fast schon ein Taschentuch, würde ich sagen. Ich glaube, ich brauche mal eine Laserbrille. Ich sehe sie. Weißt du, dass wir was gemeinsam haben, Nina? Das finde ich ganz toll. Wir sind beide evangelisch reformiert und in Niedersachsen getauft. Oh, Wahnsinn. Nur ich war eins. Und du jetzt erst, ne? Ja, ich war 54. Und sag mal, an welchem Ort war denn das jetzt? Wo denn in Niedersachsen? In Schittorf? Bei meinem wunderbaren Friedenspastor Kalle. Wir sind die Vorboten der Zukunft. Wir schreiben Bücher, wie wir die Welt verbessern. Weiß Kalle das? Alles ja. Kalle hat das Buch geschrieben. Ich habe das Vorwort geschrieben. Ach so. Vorboten der Zukunft. Wie wir die Welt verbessern. Aber da hast du nicht... Du bist ja schon, sagst du, du hast ja diese tolle Biografie geschrieben, ne? Ich will immer Begegnung sagen, aber die heißt... Meine Glaubensbekenntnisse. Die Bekenntnisse, so heißt es. Genau. Und da steht, dass du schon mit drei Jahren alleine in die Kirche gelatscht bist. Ja. Toll. Ja. Mit drei. Ja. Alleine. Das war das Schönste, was es gab sonntags morgens. Die Eltern haben immer so lange gepennt und hatten eine Alkoholfahne. Und wir Kinder, Elke Lindemann und ich aus dem Parterre, meine beste Freundin, die sind in diese kleine Kirche an der Ecke. Und diese Atmosphäre hat mir unheimlich gut gefallen. Es war so anders wie beim Pionier-Nachmittag. Da wurde irgendwie... Hattest du mit drei Jungen? Auch gesungen, aber andere Lieder. Wolltest du eigentlich als Kind schon Sängerin werden? Ja, bestimmt. Also spätestens frühestens ab dem Moment, wo ich in Boltenhagen die Treppe runtergefallen bin, eine Gehirnerschütterung hatte. Und ganz lange im Kinderkrankenhaus liegen musste. Und dann kam meine Mutter jeden Tag und stand in der Tür mit ihrer Gitarre. Und hat ein Lied nach dem anderen gesungen. Für alle Kinder. Und da war ich so stolz auf diese wunderbare Frau, die meine Mutter war. Und da habe ich ihr dann so toll wie meine Mutter, will ich auch mal werden, dass ich den Kindern ganz eins nach dem anderen vorspielen kann. Deine Mama hat sich aber deinem Vater dann scheiden lassen. Und dein Vater hat dich immer gefüttert und da durftest du immer alles essen. Was ist denn bei deiner Mutter, musstest du relativ früh schon Diät machen? Hast du geschrieben? Ja, manchmal war auch die Küche zugeschlossen, weil ich war beim Kinderballett immer die dickste. Und dann hat meine Mutter gesagt, Kakao gibt es über die Woche nicht. Weil bei meinem Vater am Wochenende, da habe ich sogar Moskauer Eiscreme gegessen. Das wusste Mutter aber nicht, oder? Naja, die hat sich immer gewundert, dass ich keine Gewichtsabnahme vorweisen kann. Und deswegen hat sie dann irgendwie über die Woche auch öfters mal die Küchentür zugeschlossen. Aber ich meine, wenn man Hunger hat, dann tut man sich ja auch selbst versorgen. Das müssen wir übrigens alle machen, die deutsche Bevölkerung. Wir müssen uns selbst versorgen. Weil die Discounter da, ne. Themensprung jetzt, oder? Na, und auf jeden Fall habe ich da gebunkert. Ich hatte das Essen in den Regalen stehen. Bei uns zu Hause gab es kein lebendiges Brot. Wie gesagt, die Küche war abgeschlossen. Das heißt, dann bist du auch noch aus der FDJ geflogen. Das muss ja auch eine Katastrophe gewesen sein. Nö, damals war ich schon stark genug und wusste schon, dass die nicht in der Wahrheit leben, dass die heucheln und lügen. Das musste man doch nicht sagen. Na doch, ich habe mir die Freiheit genommen. Weil Wolf Biermann halt mein Stiefvater wurde, durften die Kinder sowieso nicht mehr mit mir sprechen. Und ab einem gewissen Zeitpunkt war es mein liebster, also mein sehnlichster Wunsch, in die Freiheit zu gelangen, irgendwann in den Westen. Und deswegen habe ich auch kein Blatt vor den Mund genommen. Ich wollte ja schon gerne, dass die mich rausschmeißen. Dann warst du schon total aggro und anti, ne? Und wolltest bis nach Polen rüber irgendwann später dann? Ich wollte über Polen nach Westdeutschland abhauen, weil ich dachte, mein reicher Onkel in Westdeutschland kann mir helfen zu. Aber der wollte sich mit meinem Vater nicht verscherzen und deswegen hat es nicht geklappt. Mit Vater oder Ziefvater Biermann mit deinem Vater? Mit meinem leiblichen Vater. Der echte Bruder von meinem leiblichen Vater. Aber hat der nicht die DDR damals schon gesagt, ey, die geht jetzt irgendwie nach Polen und dann will die rüber machen. Das wollen wir nicht. Haben die nicht schon irgendwas gemacht? Du bist ja einfach so wieder zurück dann in die DDR. Ich habe in dem Moment, wo ich in Warschau ankam, in Ostberlin angerufen und habe gesagt, hallo Mama, ich bin jetzt im Westen. Ich melde mich, wenn ich eine Wohnung gefunden habe. Tschüss! Und dann dachte ich mir, jetzt fahnden die nicht nach mir. Also du wolltest unbedingt in den Westen, 76 war es dann soweit und bist mit Wolf Biermann rüber? Hinter Wolf hinterher. Nach Hamburg, ne? Und ich bin dann nach Hamburg über den Tränenpalast. Aber inzwischen in Ostberlin habe ich etwas ganz einmaliges erlebt. Und zwar bin ich gestorben auf dem LSD-Trip und habe Gott um Hilfe gerufen. Aber das war doch in Amsterdam. Nein, das war in Ostberlin. Ich war 17 Jahre alt. Und seit diesem Tag renne ich rum in Ostberlin und erzähle jedem diese Geschichte. Und dann habe ich es allen erzählt und dann musste ich in den Westen, damit ich diese Geschichte, wie mich Gott gerettet hat aus tiefster Not, dann auch im Westen überall rum erzähle. Jetzt bin ich in Deutschland angelangt und erzähle jetzt auf meiner Lesereise jedem von dieser wunderbaren Offenbarung, die ich hatte, schon als 17-Jährige. Diese Nahtoderfahrung damals habe ich ja gedacht, das wäre in Amsterdam gewesen, als damals der Hermann Brot, den ich jetzt mal gegoogelt habe, der ja ein geiler, scheißen geiler Sänger war. Ja, ein begnadeter Künstler. Das sieht mir ja die Schuhe aus. Ein ganz begnadeter Rocker auch, der war wunderbar. Der hat auch wunderbare Songs geschrieben. Du warst doch ganz so verliebt. Der war auch ein ganz lieber, lieber Mensch und so. Aber bei dem, wo ich nach Amsterdam kam, da wurde ja ein Film gedreht und ich war in dem Film mit dabei, aber da gab es Drogen, nur Drogen, Drogen, Drogen. Zum Frühstück, zum Mittag und zum Abend. Wie bist du denn von deinen Drogen eigentlich immer wieder weggekommen? Wirst du dich in Zug gemacht? Und eines Tages habe ich nur noch 45 Kilogramm gewogen nach ein paar Wochen in Amsterdam und ich habe ganz furchtbare schizophrene Stimmen in meinem Kopf gehört und mir ging es so beschissen wie noch nie. Und da habe ich eine ganze Nacht lang durchgebetet und Gott um Hilfe angepflegt mit meinen Freunden zusammen in so einem besetzten Haus in Amsterdam. Und als ich am nächsten Morgen ohne diese beschissenen Kokain-Geister in meinem Kopf wieder frei aufwachte, in der Freiheit, ohne mehr, und da habe ich dem lieben Gott versprochen, ich fasse das Zeug nie wieder an. Wo warst du denn karrieretechnisch eigentlich, als du in Amsterdam durch warst? Ich finde, wir sollten mal für diesen Drogenentzug noch mal einen Applaus machen. Und mit Gottes Hilfe auswählen. Gott um Hilfe rufen. Ja, mit Gottes Hilfe. Wo warst du denn damals so karrieretechnisch? Na, ich habe diesen Film dort mitgemacht und ich habe den Vater von meiner wunderbaren Tochter dort kennengelernt. Der war denn der Gitarrist bei Hermann Brod, ne? Nein, der war ein freier Gitarrist, der war auch mal bei Hermann Brod in der Band. Okay. Der war auch in anderen Bands und der war ein wunderbarer Singer, Songwriter und ein, ja, ein ganz begnadeter Gitarrist. Und der hat bei mir vorgespielt und der kam, ist in meine neue Band reingekommen. Wir haben eine Band gegründet, uns verliebt bis über alle, beide Seelenohren und dann habe ich festgestellt, dass der Ferdinand Drogenkrank ist, dass er süchtig nach Heroin ist. Und da habe ich alles in, alle Hebel in Bewegung gesetzt und haben versucht, ihm zu helfen. Und, ja. Nicht geklappt. Es hat kurz geklappt, der war clean für fast ein Dreivierteljahr und dann hat er leider in New York City im Chelsea Hotel, diesem berühmten, berüchtigten Chelsea Hotel, mit der deutschen Sängerin Nico, ist er wieder rückfällig geworden und hat sich wieder vollgepumpt. Und das war für dich dann auch mal der Punkt, das zu beenden? Nein, ich habe immer noch weiter gehofft, ihm zu helfen, aber ich war schwanger mit Cosma und er kam dann erst kurz bevor Cosma auf die Welt kam nach L.A. Er war die Zwischenzeit dann in Europa, weil ich habe das nicht ausgehalten mit einem Junkie zusammen zu leben während der Schwangerschaft. Und er kam dann aber bevor Cosma auf die Welt kam und er hat sie dann auch im Arm gehalten, wo sie geboren war. Aber leider war ja, ja, war es ganz schlimm und so haben wir uns halt trennen müssen. Aber das war alles nach der Zeit, du hattest doch diese fabelhafte Nina Hagen Band. Was ich nie kapiert habe ist, warum habt ihr euch eigentlich getrennt, du und die Band. Es lief doch wie Sau. Es lief doch so toll. Du, die Musik in unserer Welt läuft immer wie Sau. Es gibt wunderbare Musiker überall auf der Welt, nicht nur in der Lokomotive Kreuzberg bei der Deutschen Kommunistischen Partei, wo meine Musiker herkamen, die Nina Hagen Band. Die waren alle halt bei der DKP, diesem Anhängsel von der Ost-SED. Später Spliff. Wir haben sie später noch als Spliff kennt jeder. Und es waren halt, wir haben uns nicht wirklich verstanden und wenn man Probleme hat in der Gruppe... Ganz doof. Deswegen singen wir jetzt. Willst du mal aufstehen? Ja. Darf ein bisschen mitsingen, da freue ich mich natürlich wieder. Du hast... Ah, guck mal. Du hast Gitarre jetzt dabei? Ja. So, dann setz ich mich mal hier hin. Ist das eine ganz... Oh, wie süß, was hast du denn da? Das sind lauter kleine Sicherheitsschlüssel. Ach. Wo hast du denn die geklaut oder sind das deine? Das hat der Künstler, der mir die Gitarre verkauft hat, der hat das so gemacht, die Gitarre gab es so. Ich dachte, das wären so alle Hotelzimmer. Ich wollte eine normale Gitarre haben, gab es aber nicht. Nee, die hat zwölf Seiten. Ist schwer zu spielen. Ja, ich liebe zwölf Seiten. Und das Lied, was wir jetzt spielen, das habe ich jahrelang gehört. Elvis Presley singt das auf seiner Triple CD, Peace in the Valley. Und das ist dann Bayern. Das ist so ein richtiger Elvis-Fanzler. It's a bit a country song, würde ich sagen, oder? Country Gaspern. Andi, du singst auch mit und ich sing auch ein bisschen mit. Wir versuchen es mal dreistimmig. Exactly, Gaspern. Okay. Okay. So, I'm here. But one more smile. Just one more smile. Just one more smile. You know I'm just been making on my own. I never thought I needed help before. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Aber wir lieben alle den lieben Gott. Wie auch immer die Menschen einen Namen für Gott haben. Aber ist es denn wirklich so, dass du sagst, du willst nie wieder einen menschlich-weltlichen Mann haben, der aus Fleisch und Blut ist, sondern Jesus ist dein Mann in deinem Leben? Never have sex again. Pass mal auf, nee. Körperlich Sex, meine ich so. Nein, brauche ich nicht. Nein, danke. Können wir uns nicht darauf einigen, dass wir alle richtig happy sind, wenn wir in der Liebe baden? Hallo, can I hear something? Kommst du mit hier rauf? Kommst du auch mit hier rauf, Desi? Nina, Baby, würdest du dich mit dem Hintern da ansetzen und ich mich da und Desiree da und wir machen noch ein wenig Fragen? Nur freilich. Oh, jetzt habe ich deinen Haufen hier gerade. Gitarren statt Knarren. Kommst du hier rauf? So habe ich mir es gedacht, wie drei Hütchen auf der Stange, dass wir hier so sitzen. Schwupps. Ich hoffe jetzt, ich habe hier den richtigen Haufen gerade, aber das glaube ich schon. Ja, genau. Oh, toll. Du, jetzt haben die Leute ein bisschen Fragen für dich aufgeschrieben. Nina, würdest du eigentlich manchmal auch einfach einen Tweetbläser und eine Bluse anziehen? Ja, habe ich auch bestimmt mal gemacht, wo ich meinen Sohn von der Schule abgeholt habe. Dann warst du da verkleidet, ne? Ja. Da dachten ja alle, die kommt heute verkleidet. Ja, ja, weil mein Sohn hat mir den Auftrag gegeben, ich soll mich normal anziehen. Ha, oh. Und was hat er denn, als er dich gesehen hat, normal gesagt? Hat er sich gefragt? Oder war er dann doch eher irritiert? That looks great, Mom. Oh. Hier weiß ich nicht, wo es anfängt. Sind dir heute manche Sachen peinlich, die du in deinen Punkjahren mal gemacht hast? Nein, mir ist gar nichts peinlich. Je ne regrette, oh ja. Ich bin ein geliebtes Kind, Wattes. Das kann ich nicht lesen. Machst du all deine Haarpuschel? Haarpuschel? Was sind denn Haarpuschel? Die ganzen Haare hier immer. Ach so, und die machst du selbst? Nein. Nee, aber die kann man kaufen. Ich hab die Haare schön, ich hab die Haare schön. Meinst du, du hast die längere Zunge als Desiree? Wer von euch hat das? Kommt an die Nase. Na ja, ein bisschen. Sie hat mehr trainiert hier. Das kommt vom Singen. Die hat den Rachen ganz offen hier. Aber wer kommt denn mit der Zunge an die Nase? Kommst du an die Nase? Ja, das glaub ich. Das wusste ich vorher. Ja, ist aber auch nicht so viel Platz dazwischen. Ein Satz für die Liebe von dir. Oh, die Liebe. Die Liebe ist das größte und höchste Gebot auch Gottes an uns Menschen, dass wir uns lieben sollen, uns selbst lieben, unseren Schöpfer lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Aber nicht mehr, nicht mehr als uns selber. Ich liebe deinen Nächsten wie dich selbst, nicht mehr. Nein, bitte nicht. Nicht mehr. Oh, ihr seid euch so einig, du als katholische Religionslehrerin. Wir machen jetzt immer mal ein kollektives Halleluja. Halleluja. Und wir gehen jetzt, wir sind zu Ende mit unserer Sendung und wir machen einen Hamburg-Sachmann-Tschüß-Kennals. Und in Hamburg sagt man Tschüß, das heißt auf Wiedersehen. In Hamburg sagt man Tschüß, wenn man auseinander geht. In Hamburg sagt man Tschüß, das heißt auf Wiedersehen. Und wer einmal in Hamburg sagt, wer kann das gut verstehe. Und wer einmal in Hamburg sagt, wer das gut verstehe. Das war's. Ich bedanke mich von Isi René, von Nina Hagen, natürlich von Fest, Tito. Und was sind von meiner Band, von meinem Städteor, von meinem Publikum. Und wer einmal in Hamburg sagt, wer kann das gut verstehe. Nina Hagen, Desi René. It was a long night again. It was a very long night, I tell you Nina, it was a long, long, long night. Oh my God, yeah, I can't imagine. I can't imagine when the Saints go marching in. When the Saints go marching in. Oh Lord, I want you to be in that number. When all the Saints go marching in. And the one of the Saints go marching in. And the one of the Saints go marching in. Oh Lord, I want you to be in that number. When all the Saints go marching in. When the Hamburg Saints go marching in. And the one of the Saints go marching in. Oh Lord, I want you to be in that number. When all the Saints go marching in. Oh Lord, I want you to be in that number. Oh Lord, I want you to be in that number. Oh Lord, I want you to be in that number. Oh Lord, I want you to be in that number. Oh Lord, I want you to be in that number. Oh Lord, I want you to be in that number. Oh Lord, I want you to be in that number. Oh Lord, I want you to be in that number. Oh Lord, I want you to be in that number. Oh Lord, I want you to be in that number. Oh Lord, I want you to be in that number. Oh Lord, I want you to be in that number. Oh Lord, I want you to be in that number. Oh Lord, I want you to be in that number. Oh Lord, I want you to be in that number. Vielen Dank.